Hallöchen. Band 10 ist da. Hin und weg und es gibt einen ganzen Haufen Meerschweinchen. Die kann ich jetzt auswendig. Ich habe viele, viele, viele Meerschweinchen gezeichnet. Ob die alle magisch sind? Nur eins davon ist magisch. Das sieht magisch aus. Es ist magisch. Also die Frisur ist sehr magisch von diesem einen Meerschweinchen. Findet es selbst heraus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen. Bis zum nächsten Mal.